Jetzt habe ich schon einige Videos lang über Aussagenlogik geredet und über logisches schließen und wie man das effizient oder weniger effizient implementieren kann, aber eigentlich ging es doch hier in diesem Kurs um formale Sprachen und Automaten. Wie bitteschön passt das zusammen? Und das versuchen wir heute mal in einem ganz kurzen Video ein bisschen anzudiskutieren und zu motivieren. Es geht also um logisches schließen als formale Sprache und das führt uns ein bisschen in Richtung Komplexitätstheorie, ein bisschen in Richtung Berechenbarkeitstheorie und und andere fortgeschrittene Themen, die man auch mit Logik behandeln kann und ist hoffentlich als Brücke ganz interessant, wenn sie Aussagenlogik schon ein bisschen kennen und auch über formale Sprachen schon einiges gehört haben. In diesem Sinne willkommen zurück. Mein Name ist immer noch Markus Krutsch und wir gehen direkt auf die erste Folie. Schließen als Entscheidungsproblem. Wir wissen, dass Schließen ein Entscheidungsproblem ist. Also ein Problem oder ja häufig ist Schließen ein Entscheidungsproblem. Ein Problem, bei dem man als Antwort eine Buhlsche Variable quasi erwartet. Also ein Ja oder ein Nein. Hier zum Beispiel Erfüllbarkeit. Eingabe ist eine Formel. Ja bedeutet, die Formel ist erfüllbar. Ansonsten soll die Ausgabe Nein laden. Entscheidungsprobleme hatten wir schon mehrfach besprochen, auch in diesem Kurs. Und wir hatten gemerkt und festgestellt, dass solche Probleme in der Regel als formale Sprache angesehen werden können. Also mit anderen Worten, jedes Entscheidungsproblem definiert eine formale Sprache. Denn auch bei formalen Sprachen gibt es ja ein klassisches Entscheidungsproblem, das Wortproblem, bei dem wir die Frage stellen, ist ein Wort in der Sprache oder eben nicht. Und wenn man jetzt ein beliebiges anderes Entscheidungsproblem als Sprache auffassen will, dann muss man einfach nur die Eingaben, bei denen die Antwort ja lautet, in Wörter der Sprache übersetzen oder als Wörter einer solchen Sprache auffassen. Das können wir hier mal machen. Ich nenne die Sprache SAT und sage, diese Sprache SAT besteht aus Codierungen einer Formel F für alle Formeln, die erfüllbar sind. Also für jede erfüllbare Formel F habe ich die Codierung von F in dieser Sprache enthalten als Wort. Was soll das bitte schön sein? Die Codierung von F? Naja, Sie wissen, formale Sprachen sind immer Sprachen über einem endlichen Alphabet. Aber in der Aussagenlogik haben wir ja potenziell beliebig viele Propositionen, beliebig viele Aussagen, logische Atome, über denen wir unsere Formeln bilden können. Ja, P, Q, R, Q1, Q2, Q3 und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt alle erfüllbaren Formeln betrachte, dann habe ich ein unendliches Alphabet an Propositionen darin. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, um Wörter zu bilden. Um das also in irgendeiner Weise als formale Sprache aufzufassen, muss ich das irgendwie mit endlich vielen Zeichen kodieren. Geht das? Sicher geht das natürlich. Wir können zum Beispiel uns vorstellen, dass wir eine Binärkodierung verwenden für aussagenlogische Propositionen. Das ist auch unerheblich für die Wahrheit der Formel oder für die Erfüllbarkeit der Formel, ob die Proposition jetzt P genannt wird oder 0, 1, 1, 0, 1. Wichtig nur, wenn wir binär kodieren, ist, dass wir dann noch die restliche Struktur der Formel irgendwie kodieren müssen. Das muss auch nicht binär sein. Wir könnten uns zum Beispiel einfach die Operatoren als Zeichen mit in der Sprache erlauben und wirklich nur 0 und 1 als Ketten verwenden, dort wo ansonsten eine einzige Proposition stehen wird. Gut, das kann man sich also leicht vorstellen und auf diese Art hätte man also eine einfache direkte Kodierung, bei der man nur endlich viele Zeichen verwendet, egal wie groß die Formel ist und egal wie viele verschiedene Propositionen darin vorkommen. Okay, damit haben sie eine formale Sprache definiert und die habe ich hier SAT genannt. Das ist nicht völlig beliebig, sondern so wird diese spezielle Sprache tatsächlich oft gestanden. Die genaue Kodierung wird meistens nicht besprochen, kann man auch machen, wie man will. Das tut meistens wenig zur Sache für die Details, die man dann später besprechen möchte. Aber dass man also Erfüllbarkeit von Aussagenlogik als SAT bezeichnet, ist üblich. SAT Satisfiability im Englischen. Okay, damit ist also logisches Schließen tatsächlich eine formale Sprache. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an all das, was wir über formale Sprachen gesagt haben, ja, Chomsky-Hierarchie, reguläre Sprachen, Kellerautomaten und was noch alles, ja, dann fragen Sie sich natürlich sofort, was für eine Art von Sprache ist das eigentlich? Was ist das Typ 0, Typ 1, Typ 2? Und durch welches Automatenmodell wird das erkannt? Was passt hier dazu? Kann man mit einem endlichen Automaten logisches Schließen entscheiden? Wäre ja interessant. Gut, wie passt das also zusammen mit dem, was wir über formale Sprachen gelernt haben, diese Sicht? Mal sehen, was können wir schon sagen? Ein paar Dinge müssten Sie auch relativ schnell sehen, wenn Sie sich erinnern, wie das war mit Typ 0 und Typ 1 und Typ 2 und Typ 3. Zunächst einmal wissen wir natürlich, dass SAT entscheidbar ist. Ja, wir haben ja verschiedene Algorithmen kennengelernt von Resolution bis zur Wahrheitswertetabelle, mit denen man herausfinden kann, ob eine Formel erfüllbar ist. Das bedeutet, das Problem ist entscheidbar und wir wissen alles, was überhaupt entscheidbar ist, also wofür es überhaupt Algorithmen gibt, ist eine Typ 0 Sprache. Das hatte ich Ihnen gezeigt im entsprechenden Video. Und damals haben wir über Turing-Maschinen gesprochen, aber Sie wissen, Algorithmus Turing-Maschine ist im Prinzip dasselbe. Turing-Maschine ist nur ein bisschen eine einfachere Darstellung zur Beweisführung in solchen theoretischen Kursen wie diesem hier. Okay, also wir haben Algorithmen, das heißt, es ist ein Typ 0. Wir können das auch noch ein bisschen konkreter skizzieren. Also ich kann auch einen ganz einfachen Turing-Maschinen-basierten Algorithmus angeben, wenn Sie lieber einen sehen wollen, der ein bisschen näher an diesem Maschinenmodell dran ist. Naiver Erfüllbarkeitstest. Naiv, weil er nicht funktionieren würde, er würde zu lang dauern, aber in der Mathematik haben wir beliebig viel Zeit, mehr als im Universum und wir können deshalb auch solche naiven Dinge benutzen. Was ist das? Wie funktioniert das also? Naja, ich skizziere es nur. Jetzt bin ich die Turing-Maschine anzugeben. Sie wissen, das ist immer aufwendig, aber uns reicht, wenn man die Schritte versteht. Was würden wir tun? Wir prüfen, um Erfüllbarkeit zu testen, systematisch jede Wertzuweisung auf den Atomen in der gegebenen Formel. Systematisch würde zum Beispiel heißen, wir zählen die irgendwie nach oben, wir iterieren vielleicht angefangen von der, die mit 0, 0, 0, 0, 0 alles belegt, Schritt für Schritt immer weiter. Und das lässt sich sicherlich irgendwie programmatisch umsetzen. Falls für jede dieser Wahrheitswertezuweisung berechnet, dann die Turing-Maschine rekursiv den Wahrheitswert der Formel. Auch das sollte man irgendwie hinbekommen. Man kann sicherlich, wenn man einmal weiß, was die Wahrheitswerte der einzelnen Propositionen sind, auch den Wahrheitswert der ganzen Formeln berechnen. Das ist eine lösbare Aufgabe für eine Turing-Maschine. Falls auf dieser Art eine erfüllende Belegung gefunden wird, dann hält die Turing-Maschine an und akzeptiert, die Formel ist erfüllbar, Ausgabe ja. Falls alles ausprobiert wurde, alle Wertzuweisungen durchgetestet wurden und es keinen Erfolg gegeben hat dabei, dann hält die Turing-Maschine ebenfalls an und verwirft. Das wäre so eine Skizze, wie man das machen könnte. Okay, aber Sie können ja vielleicht schon noch ein bisschen weiterdenken. Typ 0 ist eine relativ niedrige Hürde zu erreichen. Da genügt uns Entscheidbarkeit. Was ist mit den anderen? Typ 1, Typ 2, Typ 3? Reguläre Sprachen, Kontextfreie, Kontextsensitive. Welche von denen könnte noch satt enthalten und welche könnte vielleicht nicht satt enthalten und warum? Okay, schauen wir mal. Naja, erste wichtige Erkenntnis, Typ 1 enthält ebenfalls satt. Dieser naive Test, den ich Ihnen gerade angegeben habe, so naiv er eben war, kann bereits in linearem Speicher ablaufen, also auf einer linear beschränkten Turing-Maschine, einem LBA, wie man das genannt hat. Das heißt, satt ist vom Typ 1. Wie könnte das gehen mit der linear beschränkten Turing-Maschine? Das kann man auch skizzieren. Im Prinzip ist der Algorithmus der gleiche wie zuvor, aber wir versuchen, all das, was wir hier als Zwischenspeicher benötigen, also die aktuelle Wertzuweisung und der rekursiv berechnete Wahrheitswert der Teilformeln und der Gesamtformel, all das versuchen wir im gleichen Speicher zu behalten wie die Eingabe selbst. Und das kann man sich leicht überlegen, wie das gehen könnte. Dann nehmen wir einen Trick, den wir schon vorher gesehen haben. Wir benutzen Spuren, also wir benutzen ein Turing-Maschinen-Bandalphabet, bei dem jedes Zeichen mehr wie eine Liste von mehreren Zeichen, wie ein kleiner Vektor aussieht, der also an einer Stelle mehrere Dinge kodieren kann. Und auf dieser Art können wir also sowohl ein Eingabesymbol kodieren und aber auch Wahrheitswerte an der gleichen Stelle. Zum Beispiel könnte das so aussehen, hier verzichte ich mal auf die Binärkodierung der Proposition, damit es ein bisschen lesbarer wird. Die Symbole sind also diese Vektoren hier mit den Klammern und Sie hätten also hier eine Formel im unteren, in der untersten Reihe, die ich nenne Spur 1. Auf Spur 2 berechnen wir den Wert der Gesamtformel rekursiv und auf Spur 3 haben wir die Wertzuweisung. Spur 3 sieht man schon, hat nur einen Eintrag wahr und falsch und falsch an den Stellen, wo wirklich Propositionen vorkommen. Auf die Art wissen wir, P ist wahr, Q ist falsch, R ist falsch. So ist diese Belegung hier gemeint. Und Spur 2 rechnet dann zusätzlich noch oder enthält zusätzlich noch Einträge an Stellen, an denen Operatoren stehen und die stehen für die Teilformeln, die der Operator jeweils verbindet und deren Wahrheitswert. Also zum Beispiel 1 impliziert 0 ist 0, weil also wahr impliziert falsch ist ebenfalls falsch. Und das heißt, diese Teilformel hier hätte die Evaluation falsch. Hier hinten dagegen diese hätte wahr und das oder zwischen beiden würde dann auch auf wahr evaluieren. Und das ist schon die Gesamtformel. Okay, also Sie könnten sich so vorstellen, dass eine Turing-Maschine am Platz, der gegeben ist, all diese Informationen speichert. Viel mehr braucht man nicht. Man braucht niemals neuen Speicher zu allozieren. Und das heißt, das funktioniert mit linear beschränktem Speicher. Typ 1. Schöne Sache. Gut, also SAT ist Typ 1. Typ 1. Wie ist es mit Typ 3, also Regularität? Das kann man auch relativ leicht sehen. Ja, auch schon an dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe. Die Sprache kann nicht regulär sein, denn für eine erfüllbare Formel erfordern wir, dass zumindest die Klammersetzung korrekt ist. Ja, also dass alle öffnenden Klammern auch schließen. Und so etwas zu garantieren, dass selbst, dass nur die Anzahl der öffnenden Klammern gleich der Anzahl der schließenden Klammern ist, das schafft man nicht in regulären Sprachen. Das haben wir gelernt. Das ist ein typisches Beispiel für etwas, was man mit endlichen Automaten nicht hinbekommt, weil die sich nicht merken können, wie viele Klammern schon gesehen worden sind. Im Übrigen dieser syntaktische Korrektheitscheck, dass also die Formel überhaupt eine Formel ist und nicht etwa irgendein unsinniges Gebilde aus Klammern oder Operatoren ohne Propositionen dazwischen etc. Dieser Check müsste natürlich auch in jeder Turing-Maschine durchgeführt werden. Aber auch da hoffe ich, dass Sie mir das glauben, dass das machbar sein sollte, einen Algorithmus zu schreiben, der prüft, ob eine propositionale Formel syntaktisch korrekt ist. Okay. Tatsächlich, die syntaktische Korrektheit könnten wir zum Beispiel mit einer kontextfreien Grammatik schon darstellen. Und das heißt, das würde schon ein einfacher Kellerautomate in dem Fall ausreichen. Und das wissen wir, kann dann auch in einer Turing-Maschine mit linear beschränktem Speicher gelöst werden. Okay, aber regulär kann sie nicht sein. Wir wissen also, SAT ist in Typ 1 und nicht in Typ 3. Bleibt noch Typ 2 als mögliches Modell. Und da stellt sich heraus, da ist die Situation gar nicht so klar. Das ist eine Frage, die normalerweise auch in der Theorie nicht gestellt wird. Kein Mensch fragt, ist SAT eine Typ 2 Sprache, eine kontextfreie Sprache? Das sind in gewisser Weise verschiedene Welten, obwohl man hier in beiden Fällen mit formalen Sprachen zu tun hat. Fragen kann man es trotzdem. Ich habe es mal auf Stack Exchange irgendwann gepostet und ein bisschen diskutiert mit den kompetenten Leuten dort. Und die Konklusion im Wesentlichen war, SAT ist, also erst mal die Frage hat keine ganz einfache Antwort. Es kommt ein bisschen darauf an, wie genau sie das Problem kodieren. Aber in der einfachen Kodierung, die ich Ihnen dargestellt habe oder skizziert habe, ist SAT nicht kontextfrei. Dafür kann man Argumente finden, als mit direkten, konstruktiven Argumenten. Es ist aber so, ob man nicht eine effiziente, einfache Kodierung finden könnte, die dann kontextfrei ist, das ist im Prinzip eine offene Frage, ungelöste Frage der Informatik. Nicht die wichtigste vielleicht, aber eine von vielen. Also das heißt, hier ist die Passung nicht besonders gut. Also an dieser Stelle der Hierarchie klemmt es ein bisschen. Ich denke, für diese Kondierung, die wir uns hier angesehen haben, können wir sagen, es ist nicht kontextfrei. Und das reicht uns. Trotzdem ist das, was wir bis jetzt gelernt haben, mithilfe dieser Chomsky-Hierarchie-Klassen, nicht besonders einsichtsreich, wenn man ehrlich ist, zum Thema SAT. Also ein bisschen was kann man damit schon sehen, aber SAT selbst ist mit LBAs, mit diesen linear beschränkten Turing-Maschinen, noch nicht besonders exakt charakterisiert. Es ist keine typische allgemeine kontextsensitive Sprache, sondern SAT ist noch ein ganzes Stück spezieller. Und die Frage, die man natürlich dann stellen muss, ist, welche Art von Automaten sollte man dann verwenden, wenn nicht linear beschränkte Automaten. Und die Antwort dazu wird sein, andere Arten von eingeschränkten Turing-Maschinen. Also das heißt, das Automaten-Modell, was wirklich gut geeignet ist, um SAT zu charakterisieren, in dem Sinne, wie wir auch alle möglichen anderen Sprachtypen zuvor charakterisiert haben. Das haben wir noch nicht eingeführt. Dazu muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Einführung und ganz kurzer High-Level-Überblick über die Komplexitätstheorie für diesen Grundlagenkurs. Das kommt also als nächstes in einem etwas längeren Video, wo ich Ihnen das in einem Ritt alles erklären werde. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. . Vielen Dank.